Ah, verdammt. Junge Mann, Sie haben doch gerade dieses Glas fallen lassen. Dafür werden Sie als Entschädigung den ganzen Kaufpreis zahlen müssen. Tut mir leid. Was ist das denn? Was wollen Sie für die Hälter von meinem Sohn? Fallen gelassen ist fallen gelassen. Das muss man dann aber auch entschädigen, Ihre Frau. Gleich platz ich mir bei der Dekolleté. Nachdem ihr setzt, muss man nur Warenwirt bezahlen. Der liegt aber unter dem Kaufpreis, Ihre Frau. Ja, okay, dann hätte ich gerne 1 Euro entschädigt. Ich sage Ihnen was, Schnauze halten und weitergehen. Für Ihre Frechheit bekommen Sie jetzt ja nichts. Äh, Mutter, du folgst Dieldoktor auf TikTok? Ja, sicherlich so.